und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei tokyo mirage session fe ich habe ein bisschen clever weil ich nebenbei ein bisschen was geschaut habt wir haben jetzt drei millionen werden ein bisschen clever seht ihr unten 81 80 80 80 80 die haben jetzt ihre hauptattribute auch ausge- maximum und was ich jetzt vor hatte wir gehen mal da rein halt weil sie mich bespeichern ach du scheiße ich muss speichern wenn das jetzt nein nicht analysen analyse ach scheiße ich kann ja drinnen speichern da gibt es ja so ein raum mit dem boss gegner beziehungsweise sind alle 50 gegner gewesen muss man es eigentlich schaffen jetzt ist die frage was bekommt man im fucking raum und das ist mir so gekommen dachte mir hält das mache ich dann mit euch die extra story haben wir ja ich habe jetzt auch die dritte side story mit einem scheiße wie aus takai so mit einem yashiro war es der yashiro ja das war glaube ich der yashiro und mit einem mammary glaube ich die zweite habe ich jetzt freigeschalten ja blablabla los geht's ja stay 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 und das selbe nochmal alter ich weiß wir werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen op sein 3 gold bars wo ist es da mehr ist es nicht 3 3 gold bars wow der scheiße nicht ohne euch auch machen können na super ja wow super super geil awesome ach keine ahnung hey what the fuck eigentlich wollte ich die haupt story weiter machen alter das sehe ich gerade dass man eine ep erfüllen lässt ist ganz schön lang kleben ich meine wir waren ja auf 60 oder so jetzt bin ich auf 80 es geht halt ziemlich schnell weil wir jetzt diese mega sessions raushauen können so ciao my quotes contacts side story come on are you gonna help gold barry bla bla studio pronto nitsuki need you to come to the lesson studio bla 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 map bla side story i need you to help me convince tiki head over to the bloom palace memory came by the other day i can expect her to tell me to get out of tokyo for my own safety just ask me whether i have time to give her a lesson i guess it sucks with me i don't have any powers but she relies come on so i keep fighting on to the end tiki is really gonna bepatsch bla 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 hey nitsuki i have something that i like to advise on while we waiting in daitama i'll be waiting in daitama do you know what should i have in part neis Daha nice why . where isessa body you ask me something about trying get me to help convince you tiki oh . what sass 49 CFS were we gonna take it but 80? we are coming to the Jordan whats wrong? hmm we got that I think that Ich hoffe, ich bin der Mirage. Das ist das, was ich! Ich bin wieder! Oh, Eatsuki, du bist auch gekommen. Was hast du gemacht, Barry? Wenn du mit mir sagst, dann sagst du es. Ich bin wieder einmal zu mir, ich bin wieder zu mir. Ich bin wieder zu mir. Nichts, dass ich nichts sagen kann. Ich werde jetzt meinen Mirage. Ich bin wieder zu mir, ich bin wieder zu mir. Ich bin wieder zu mir. Ich bin wieder zu mir, ich bin wieder zu mir. Du bist das Problem. Wie sollst du es wissen? Ich bin nicht so, wenn ich mich nicht erwarten. Wir lassen uns諦nen, Barry. Mirage, mirage, mirage. Ich will mich nicht mehr als Meraju-Massar sein! Ich will nicht mehr hören. Wie er sich bewegte, ist so geil. Ich will mich nicht mehr zurück. Entstanden. Bitte an mir. Herr, was ist denn? Bitte an mir. Bitte an mir. Witten ins Herz. Oh, cool. If I become a Master of Mirajima, I will be able to do it again. I will be able to save you again. My brother is cool. Right, Chiki-chan? You're safe, it's like... Scheiße, was ist los mit dir? Ich kenne dich, Barry. Ich kenne dich, auch sehr! Oh, ich kenne dich wieder? Ich kenne dich wieder! Was ist das, was du? Hey! Ich werde dir nichts sagen. Wenn du so bist, dann bist du in der Eidra-Square. Ich werde dir wiederkommen. Ich werde dir wiederkommen. Das ist eine große Herausforderung. Das stimmt. Der Mann hat sich jetzt so gemacht. Ich bin froh. Ich würde mich nicht überlegen, aber... Keine Ahnung, diese Damming-Abkürzung habe ich nie verstanden. Aber so ein Käse wie HDL, wie hab dich lieb oder so. Aber das sind halt die offensichtlichsten, aber der Rest? So, äh, wo war da Diver Studio? Ich glaube, er meinte Diver Studio. Oh Gott, ist das ein Spacko. Nitsuki, du hast es geschafft. Die waren ja auch so speziell, Alter, weißt du? Das ist ja voll die Uhr, Alter. Ja, das ist ja voll die Uhr, Alter. Das ist ja voll die Uhr, Alter. Das hat sich gerade anders angehört. Ganz anders. Was für Trottel, Alter. Da geh ich jetzt da rechts? Schau mir in Höhe. Ich hab keine Ahnung, ob ich da rechts gehen soll. Wo zur Hölle soll ich denn eigentlich hin? Oh Scheiße. Alter, ich geh doch jetzt einfach wieder durch den Käse durch, Alter. Wollt ihr mich verarschen? aber ich weiß auch nicht wo der ist scheiße auf welchem level seid ihr eigentlich seid ihr nicht wo ich 49 für sein muss ja sein so wo noch mal zwei stunden ist ja schon draufhauen ich weiß doch nicht wo ich bin soll ich komme ja auch nicht weiter was die 60 0 war die anderen sind in Ruhe jetzt da 1 war glaube ich da drüben ich weiß nicht ob ich das foto eigentlich noch ja mich nervt das ist mittendrin dann wo ist die galerie da ist die galerie da ist das foto stimmt das war das letzte es ist genau dasselbe scheiße wie war der code da alter gab es den code ich glaube es gab einen code okay wir laufen jetzt einfach mal durch irgendeins durch und sehen wie wir es wieder gefordert werden okay das war falsch aber wie war der code ich habe keinen code hast du nicht mehr hast du nicht mehr äh 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 scheiße warte mal habe ich das auf whatsappen noch irgendwo nein nein scheiße hä äh 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 scheiße der ist hier nicht oh fuck buried wound warum rennst du hier auch rum ich könnte nachschauen wo ist scheiße wo sie jetzt schon wieder bin ich jetzt da wieder ok ich bin verwirrt gehen wir mal zum einfach das ist hier da oder ist jemand unten auf der treppe irgendwo oder so er ist auch nicht einfach mitten im feld irgendwie aber fuck alter der wird halt in diesem dämlichen bereich sein ach der ist auch nicht ok er ist im 49er bereich oder soll ich nach den nummern gehen ist das gar kein code was ich was ich was ich geben muss 0123 ist das selbe warte mal ich weiß ich hab vorher gesagt das selbe aber ich hab grad schiss dass ich mich verschaut äh g nein du kannst weg 72 ok gab es da eigentlich nen code scheiße hab ich das woandersherren code so ah fuck ich hab eigentliche bitte da gab es nen code oder so das also 0 stimmt ja schonmal 1 war auf der seite scheiße ich muss mal display spartings da mal ausmachen so dann 3 ist die mitte 4 schweiße wie muss ich jetzt da gehen da ganz links ich glaube ich glaube das war in der richtung oh scheiße savage 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 oh ok oh god überall sind savage schWe Marian hast du das an die scheiße warum zeigst du mir nen standort hat hä ich hab keine ahnung da ist es hier gewesen Okay hacemos das 1 oh Oh scheiße der Käse ändert sich oh fuck Alles klar bitte lächeln alles klar Ich habe keine Ahnung, ob ich so nah anlaufen muss. Nein, das ist das letzte hier. Das Geräusch sagt jetzt das richtige, oder? Nein, das ist falsch. Äh, ähm. Hä? Ich verwirrt. Warte mal, steht zufällig irgendwie bei einem... Angles, we need to hurry. Do you remember this room before? Before, when there was tons of performer coming out, it's in the presence there. Ja? Ja, wie kommen wir da nicht hin? Oh, fuck. Äh. Oh, no. Side story. Da. Da. This seems to be Marajne, but it has to be careful, Mamori. To get in the room, look at the memo you were given before. The one with numbers on it. Thanks, Tiki. Was für ein Memo? Was für ein Memo, Alter. Hä? Was war das für ein Memo? Äh. 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 Ich hab keine Ahnung, Alter. Wo krieg ich das Memo her? Okay, face is was anders, Tiki. For real, suppose of boss, trust the future. Was, was ist denn für ein Memo, Alter? Ich weiß nicht, wo das ist. Äh. Ja, das sind jetzt alles Side-Stories. Das heißt, ich muss zu Memen. Stay gold, what about love, true colors. War das true colors? Nee. Audition. Uh-huh. Progress. Good luck. Performing gal from all over here in the kingdom. Da 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 da. Go and try. It was good luck. Bla bla bla. Okay. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Äh. Was denn für Memo, Alter? Ich weiß nicht, was abgeht. Hehehe. Mit Tiki ist der ganze Side-Story-Käse. Da kann ich mir die Map anschauen. I can help. Town. Nee. Ich bin verwirrt. E-Tims. Warte. Das könnte bei E-Tims sein. Key-E-Tims. Sagen wir das da irgendwo. Äh. Mysterious Memo. Uh. Oh Gott sei Dank. Verdammte Scheiße. Müssen wir erstmal drauf kommen. Wer denkt, dass der Scheiß-Itims irgendwas ist. Warte mal so. Zurück. Äh. Oh fuck. Ich musste erst. Ja genau. Äh. So. Das ist fotografiert. Jetzt geh ich zurück. Und das ist fotografiert. So. Scheiße. Jetzt muss ich das bloß irgendwie. So. Und das kommt weg. Warum kann ich das nicht? Ja ich weiß, das ist gerade alles kacke. Aber lasst mich in Ruhe. Ich bin da so. So. Ja genau. Jetzt kann ich das. Hä? Okay. So. Jetzt hab ich das oben. Jetzt öffne ich die Galerie nochmal. Hallo macht die Galerie auf. Oh fuck you. Aber warte ich kann es so wechseln. Uh. Ist das richtig? Ah nein das ist das falsche Foto. Das ist auch nicht das falsche. Ah ne warte in die Richtung. Okay. 0 1 8. 0 ist ganz links. Dann brauchen wir die 1. Hä? Ähm. Okay. Ich kann das alte Foto wieder nehmen. Oder ja. 4 6 8. Ja genau. Also Nummer 0 ist das rechte. Warten der ist gar nicht gepasst. 0 war doch ganz rechts irgendwie. Keine Ahnung. 0. 0. 1. 0 ist dann links durch. 0. 0.. 0. 0. 0. 2 rüber. 7, 6, 9. 7 ist da wo die 1 war daneben. Oh Gott. Na mir in Ruhe. Das ganz letzte. Gott, wer sich den Scheiß ausgedacht hat geschlagen. So, die 6 ist dann. Links ist 1. Da gibt es nur mal 1. Was war es dann? 9. Was ist dann? 9. Da ist es letzte. Stumm aus dem Wahnsinn. Das heißt hier rein. Oh Gott. Oh Gott. Habe ich vorhin halt aus Versehen genau das Richtige gemacht. Aus Versehen. Gott, wer auf die Dekonker zugeschlagen hat. Wie soll der Blitz beim Scheißen treffen? Was ist das? Oh Gott. Und das war, dass ich es nicht. Oh Gott. Wurde! 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 Was ist los? Ich darf es nicht mal anschauen. Wir sehen wie die den verkloppen. Wunderfuck. Jetzt sind noch 50. Das Ding in der Mitte wird dasselbe aushalten wie die da. Schwach gegen das. Das und das. Komm wir haben doch einfach genug Dinger. Striker Post. Fokus play. Oh drauf. Widerstand. Axt. Widerstand. Axt. Widerstand. So und so. Und wegen der Mission und hier. Ach so. Axt. Agi Dines. Wui. Hat dann bloß noch viel gebracht ne. Resistent gegen Wind. Schwach gegen Boden. Ja, dann tauschen wir halt mal aus, ob ich gesagt. Change. Zack, komm her. Grand Threat. Oh ja, das neue Elite kann ich euch zeigen. Oh ja, das neue Elite kann ich euch zeigen. Oh ja, Alter. Oh, ich find's irgendwie geil. Es passt halt einfach, es tut so super gut zum Spiel, Mann. Oh, neun sechs Sterne Dinge, Alter. Geil. Oji-chan! Barii-oji-chan! Wo ist denn? Barii-san! Sollte... Vielleicht haben wir das auch getrunken? Oji-chan! So schnell abkaut, der Penner. It seems there was no need for me to aid you in a defeating such a petty monster. I'm heading back to the lesson studio. Oh, du bist so in der Arschgeil. Geh so schnell abkaut, damit's nicht so schlimm ausschaut. Barii ran away while Itsuki's group was fighting. Barii-san. Oji-chan! Was für ein Penner, Alter! Der ganze Drecksweg hierher und dann war er umsonst. Barii, fahr zur Hölle! Fahr zur Hölle! Warte mal, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Achso, ja, das ist der Second-Lesson-Studio. Also, ja, ich steh jedenfalls davor blöd drauf. Tämliche Barii-er... Was für ein Penner? Penner. Wie haben wir da eigentlich? Na ja, okay. Für ein, zwei Storys hab ich auf jeden Fall noch zu einem. Na, könnten wir einen Ton mal noch machen? Ist er da? Oji, mach mal richtig. Itsuki-san! Itsuki-san, we have to hurry. Uncle can't be heard. Hoffentlich. Hoffentlich richtig, Alter. Okay, gut. Ich war nicht bereit. Ich habe nicht mehr zu Hause, aber... Ich habe nicht mehr zu Hause, aber ich habe nicht mehr zu Hause. Ich habe nennen. Ich habe es, Herr бы... Ich habe es, Herr ії. Oh, Herr-er? Wenn ich nicht mehr zu Hauseque, wenn ich Nein sunt, dann... 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 wenn ich nicht mehr zu Hause mache, Dav 나� increasing, ille Kendarini... Ich habe keine Ahnung, dass ich das tun habe. Entschuldigung. Ich habe es gut gemacht. Mein Körper ist großartig, aber ich habe es unbegründet. Wenn man sich die Augen öffnen kann, dann bin ich nach woanders. Ich habe es wie ein Yoshi-O-Kun. Yoshi-O-Kun? Ich habe es damals in der Wohnung gekauft. Ich bin ein Ridder von Jesus. Keinein ... Keinein ... Keinein, Keinein! Es kam die neue neue unglaubiete Musik! Es gibt eine kleine Musik für los einfachen Siemenschen! Was ... Was ... Huh? 赤や緑や黄色 カラフルな動物たち なんだか不思議な世界に 迷い込んだ だけどいつも君がそばに いてくれるからは怖くする もっと冒険 もっと探検 知らない世界へ飛び出そう 離れる世界 君とラブ 迷わずに進め 秘密のオアシス 見つけたキラキラ帽子 東ネル クドリルでスキップ ラブ アスクミススネ ハッタシバメゲナイラ 宇宙 マテイゲチャウカモ チミトズブトイイショナラ アスクリール キルチョリフォル アスクリエンチ アスクリーム ハッタシブー アスクリーム ハッタシブー So, was ich? Oh ja? Oh ja. So, ja. So, ja? Das kann ich sagen, dass ich mich so richtig erwähnt, dass ich das so nett zu machen kann? Das will ich nicht so glücklich sein. Ja, das ist das? Ich kann mich nicht so gut aus. Ich weiß nicht! Warum? Mein Geist ist immer noch immer! Außerdem kann ich auch auch singen und singen! Ich bin ein Mann von dem ersten Mal mitgebracht! Das habe ich gesagt. Ich weiß nicht, dass ich meine Sprache gar nicht. Ich habe es nicht mehr daran gesehen. Ich hoffe, dass ich nur das Götter für dieses Geheimnis habe, aber ich habe die heutige Führung... Ah, ah, ah! Oh Gott, oh Gott. Ich habe gesagt, aber ich danke dich zu Herrn. Ah, ich habe es mitgebracht. Scheiße, kannst du das Ding mal ausziehen, Alter, das ist voll creepy, ey. Nee, Oji-chan, gehen wir auf den Zampo hin? This is... Wow. Fuck. What the fuck, Alter. Barry Goodman has become shredding again, thanks to his influence. Barry Goodman acquires the backup skill Ninjas escape. It's not the art of escaping, the enemy swiftly and more relatively vary. From now on your chance of escaping battle sexuality have increased. Barry Goodman acquires the duo art, the tunnel home. Oookay. 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 Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin geschockt, aber okay. Warte mal, hab ich von dem jetzt eigentlich die letzte Side-Story? Ich dachte, das krieg ich auch. Nee, hab ich von dem die letzte Side-Story schon gemacht? Nee, nicht, oder? Was lauf ich hier eigentlich rum? Ach so, ja. Äh, ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Die Folge ging jetzt sowieso um einiges länger, als ich dachte. Ich meine, dass das Song nochmal am Ende kommt und so, what the fuck. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von... Tokyo Mirage Session FE. Macht's gut. Und Servus. Von Toptem. Von Toptem. Verona. Auf nectar.